Herzlich Willkommen! Wir sind jetzt hier bei der letzten Minute eines Sonnenuntergangs in Luang Prabang, Laos. Und hier haben wir nochmal ein schönes Motiv. Viele Leute, die hier Fotos machen, zeigen das mal rum. Also erstmal nochmal schön auf sie. Und dann zeigen wir doch mal hier rum, wie viele Leute hier anstehen. Leider ist die Masse schon nicht mehr ganz so groß. Es gibt extrem viele Leute, die hier Fotos machen und sich hier rumschubsen und gegenseitig drängeln, um Fotos zu machen. Sieht schon krass aus. Hier haben wir nochmal das Bild von Mekong mit dem Sonnenuntergang. Den Fluss Mekong, Stadt Luang Prabang unter Weltkulturschutzerbe von UNESCO. Und da hinten gibt es auch nochmal einen schönen Tempel. Da. Ja. Nochmal schön langsam. Und... Ja. Das war's aber schon. Und... Ja. Bis bald. Und tschü. Und tschü. Und tschü. Ja. Ja. Ja.